Leute, ihr werdet mir nicht glauben, was gerade eben passiert ist. Ihr kennt ja, ich mache oft Random Squad Videos. Und oft kommt es auch vor, dass mich Leute erkennen. Und heute ist genau sowas passiert. Ich wurde erkannt und dann fangen einfach die Leute an, mich zu beleidigen. Ohne Grund. Ich check's nicht, wieso. Aber was dann passiert ist, das war ultra krass, Leute. Ich will nicht spoilern, gönnt euch einfach das Video. Ich sag nur, dass ich als No-Skin in diese Random Squad Runde gegangen bin. Aber mehr will ich nicht sagen, Leute. Lasst auf ihren Like da und ein Abo. Schaut auf jeden Fall nach, ob ihr ein Abo dagelassen habt. Weil viele, die sagen einfach, die haben abonniert. Aber haben es eigentlich gar nicht, weil die es vergessen haben, Leute. Und jetzt gönnt euch einfach diese Folge. Es ist sehr spannend geworden, Leute. Hello. Wie, Frau? German. German, German. Me too. German. Germany, Germany. German. Ich auch, ich auch. German, German, German. Können wir außerhalb landen? Ich bin nicht so gut. Das ist egal. Okay. Ich auch wieder gefällt. Direkt nicht. Heuer Ernst? Okay. Lass hier hin. Können wir auch gehen. Das ist auch schon mal so. Ja, das ist schon mal so. Scheiß auch, Digga. Können wir zu zweit unten landen? Wie, wollt ihr zu zweit da landen, oder was? Ja, easy. Kein Sinn. Nee, äh. Lass mal jetzt da landen. Lass doch einfach zusammen da außerhalb landen. Ey, warte, die Stimme kommt mir richtig bekannt vor. Wen? Aus dem Wort. Von dem einen, äh, P4SWORT, äh, 101029. Ja. Selbstwechsel. Hä? Selbstwechsel, was hat er denn? Hey, hey, hey. Nicht mit Beleidigungen. Das geht gar nicht. Warum seid ihr so toxisch? Was ist los mit euch? Hattet ihr einen schlechten Tag? Glaubt, ihr hattet einen schlechten Tag, Mann. Fleck, sag mal meinen Namen. Warum? Darum. Sag es. Warum soll ich deinen Namen sagen? Darum. Bitte. Lenny. Ey, wer ist jetzt hier bei mir gelandet? Ich. Ehrenbro. Alter. Ehrenbro. Ehrenmann. Kannst du aber mal meinen Namen sagen, bitte? Ehrenbro. Aber warum? Ich will das auf Kamera festhalten. Auf Kamera festhalten. Hier ist ein Gegner. Ich hole ihn, ich hole ihn. Easy. Okay, okay. Hab ihn. Nice. Guck mal, wir schaffen es auch zu zweit, Mann. Die werden jetzt eh daumen gehen. Wir machen das. Ja, wer wird daumen gehen? Ja, in Megacity, ihr. Aber warum landet ihr da in Megacity? Englisch. Was geht, Bro? Hä? Was geht? Nichts hier. Oha, was bist du für ein Ehrenmann? Warum trinkst du dich selber? Äh. Weiß ich nicht. Okay. Perfekt. Lass die Stadt einnehmen. Wie alt bist du? Jenny ist ein Gegner. 12. Wie alt sind die anderen? Oh, das war ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Ja. Oh nein, das ist der Typ halt wirkt. Wir sind 16. Ah, nice. Warum habt ihr mich beleidigt? Ja, weil du ein *** bist. Ja, nee. Okay, nice. Also das geht jetzt mal gar nicht. Also das ist jetzt bestimmt froh. Und beleidigt ihr immer so Leute ohne Grund, oder? Hallo, ich war das nicht. Ja, dann halt der andere. Derjenige fühlt sich bestimmt angesprochen. Digga, wer hat hier so einen Scheiß, Digga? Was ist los? Hä? Ach, scheiß drauf. Nein, ich verstehe nicht, was die anderen zwei haben. Warum sind die so schlecht gelaunt? Bisschen gute Laune hier. Halt doch mal ein ***. Digga, ich hab... Was hab ich... Digga. Du gehörst ja zu deinem Kollegen, oder? Wir können uns nicht mal... Ja. Was? Ehrlich? Äh, seit zwei Runden. Ach so, du kennst dich nicht persönlich. Ihr habt dich auch random getroffen, oder was? Ja, seit zwei Runden. Wie viele Gegner leben noch? 41. Also insgesamt 41. Warum frickst du? Frickst du. Weiß. Hey, wohin gehst du? Hä, was, was? Warte auf mich. Ich spiele seit einer Woche ungefähr. Aber wir haben andere nicht mehr. Ja, guck, wir haben gesagt, die stirbt da wahrscheinlich. Ja. Äh... Na, was für ein Fan. Ja, ich hab wahrscheinlich gesagt. Überlebt das Ganze. Ey, wir sollten denen ja eigentlich nicht helfen, so wie die mit uns reden. Oder mit mir reden. Ich überlebe das eh, ja. Ja, also, dann lass nicht dahin gehen, oder? Äh, weit net. Das waren die komischen Bots. Also ihr bekommt Schaden von Bots? Ja, ja. Aber die gehen dann vielleicht in den Tresor. Stimmt. Tresor? Oh, nice. Dann komme ich auf jeden Fall. Easy. Voll. Ech an der. Egal, da gibt es bestimmt irgendwas Nices. Wer hat eigentlich so Störgeräusche? Wow, hier ist der Gegner. Hier ist der Gegner. Ich dachte, hier ist keiner. Oh mein Gott. Absolute Schwitzer hier. Absolute Schwitzer hier. Ja, ich dachte, da ist keiner, habt ihr gesagt. Ja, ich dachte, da ist keiner, habt ihr gesagt. Ja, da auch keiner. Warst du tot? Ja, neben dir ist ein Gegner. Pass auf. Warum greift er dich nicht an? Äh, okay. Jetzt hab ich ein Problem. Ja, du hast ein großes Problem, glaube ich. Der ist richtig gut. Pass auf. Der ist sogar alleine einfach. Nee, das war zwei. Zwei? Okay. Ja, die sind eh schlecht. Die holen den auch nicht. Ja, das war es komplett. Knapp, knapp, knapp. Jetzt schauen wir den Pro zu. Okay, sehr gut. Der hat den einen schon mal. Hey, so Schwitzer. Da kommt noch einer, ne? Ja, der wird es eh nicht holen. Save call. Doch, der wird das holen. Nee, ich glaube nicht. Niemals. Pass auf. Der bekommt Karma, weißt du? Siehst du? Stimmt. Das war Karma. Okay, einen schönen Tag auch noch. Aber vielleicht meinen Zuschauern, weißt du? Alter, Leute. Was die für Beleidigungen rausgehauen haben, das wird, glaube ich, safe zensiert, Leute. Das kann ich auf YouTube nicht zeigen. Aber der kleine Junge war richtig korrekt zu mir. Und ich hab ihn geedit. Hat er angenommen? Er hat angenommen. Und ich werde jetzt einfach mit ihm Duos zocken. Weil irgendwie sind alle toxisch zu mir. Keine Ahnung, was die gegen mich hatten, Leute. Ich hab ja denen gar nichts angetan. Ich kenn die gar nicht. Aber der war korrekt zu mir. Mal gucken, ob der Bock hat, mit mir eine Duo-Runde zu zocken. Ich hoffe doch. Bitte. Enttäusch mich nicht, Bro. Oh, jetzt hat er mich eingeladen. Das war's komplett. Hallo? Ja? Was geht ab? Nix. Und bei dir? Hast du Bock, eine Duo-Runde zu zocken? Ja. Okay, dann mach mal auf Duo. Bist du der Echte? Ähm, vielleicht. Okay. Was sagst du dazu, wie die zwei Typen zu mir waren? Fandest du das korrekt? Du hast ja gehört, was die gesagt haben, ne? Ja, das ist gar nicht korrekt. Sowas sollte direkt gebannt werden. Also ich hatte vorletzte Runde, der hat mir das N-Wort gesagt. Hab ich den direkt gemeldet. Nicht deren Ernst. Also manche, so wahrscheinlich haben die mich gekannt, ne? Also ich glaub, die kannten mich. Ich glaub ja, weil der eine, wo du gelieft bist, hat er gesagt, ich hab auf YouTube geguckt und das war der Wirkliche und dann hat er das HS-Wort gesagt. No way. Wait, Digga. Guck mal, die kennen mich nicht persönlich. Ich hab denen nichts angetan und die beleidigen halt so richtig. Ich versteh sowas nicht. Ja, das ist nicht nett und so. Ja, lass mal. Wo wollen wir landen? Sollen wir hier so außerhalb landen? Hm, ja. Ja, okay, lass ihn gehen. Oder wir könnten hier vielleicht sogar das ein bisschen näher. Dann lass da hin, weil das ist nicht so eine große Stadt. Perfekt. Und wie alt bist du nochmal? Zwölf. Zwölf. Guck mal, du bist jünger als die. Die waren, glaub ich, 16 oder so. Die waren 17, 16. Ja, genau. Aber du bist reifer als die im Kopf, ne? Yep. Yep. Das ist gut so. Yep. Ich hätte gern gehört, was die anderen gesagt hätten, hätte ich das jetzt gefragt. Die hat einfach weiter beleidigt, glaub ich. Das Ding ist, ich könnte da so ausrasten, aber ich denk mir so, ich bleib einfach ruhig und ignoriere das, weißt du, ist einfach besser. Weißt du, was ich meine? Die kriegen eh wieder Karma zurück. Ja, hast du gesehen, was der für Karma bekommen hat? Er war schon gut, aber hat dann halt, ne? Weil er davor so beleidigt hat, Karma. Aber richtig, bam, das war so das Karma. Äh, ich kann eben kurz nicht reden. Okay, alles gut, alles gut. Alter, Leute. Der Junge ist echt korrekt, auch wenn er jetzt nicht reden kann. Er hört mich wahrscheinlich. Aber er ist korrekt, glaub ich. Oh, da unten ist ein Gegner. Mein Bot hat ihn gescannt und ich sehe ihn jetzt durch die Wand. Mal gucken, ob ich den gesniped bekomme. So, bin wieder da. Oh, was geht, was geht, was geht. Hier unten ist... Warte, ich mach so. Oh. Ist der noch Gegner? Ja, ja, da ist ein Gegner drin. Der hat jetzt gebaut. Ich geh einfach hin. Okay. Easy peasy. Und? Nicht. No scope. Pam. Wir sind eh zu dritt. Hab ihn. Nice, nice, nice. Okay, let's go. Erster Kill ist da. Oh, die Zone kommt, Bro. Die Zone. Let's go, let's go, let's go. Ich hoffe, dein Internet bricht nicht ab. Das wäre es dann komplett gewesen. Oh nein, mein Bot stirbt jetzt bestimmt. Das ist traurig. Oh, da hinten ist auch ein Gegner, ja. Oh, lass einfach Zone laufen, am besten. Oh, oh, ich hab Fahrhits bekommen. Komm zu mir, ich hab hier ein Auto oder Motorrad. Komm zu mir hoch. Nach rechts, nach rechts. Nein. Ach, nee, mein Internet. Oh, nee. Bist du gelegt, oder was? Ja. Oh nein, oh nein, was mach ich jetzt? Schade, schade. Ich hab halt auch nichts zu healen, Bro. Das, was kommt jetzt. Oh nein, wie mach ich das? Die wollen mich richtig haben. Oh nein, was? Geh doch mit dem Motorrad. Ich will halt deine Karte holen. Das ist das Ding. Nee, ist egal. Ich muss deine Karte holen. Du bist ein Ehrenmann. Aber was mach ich jetzt, ist die Frage. Geh doch in die Zitadelle, hol die Heal und dann versucht. Okay, das ist eine gute Idee. Du hattest keinen Heal mehr. Der hat's wahrscheinlich mitgenommen, oder? Ich weiß nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt da keinen Heal finde, dann war's das. Guck mal, ob du hier so eine dreimal... Da unten ist eine Kiste mit einem 3D-Manöver. Oh ja, ja, ja. Aber ich denke, ich schaff das dann nicht. Die warten ja eh in der Zone. Nein, kein Heal. Oh, oh, nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Du Unlucky. Das war's komplett, Bro. Komm, komm, komm. Ich geb nicht auf. Ich geb nicht auf. Geh noch hier rein. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, dann ist die hier zweier Ticks. Zweier Ticks? Nee, einartig, oder? Bandasche, Bandasche, Bandasche. Oh mein Gott, das wird so knapp. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich werde alles dafür geben. Teamwork, Bro. Teamwork. Oh nein, Nominis. Äh, wie mach ich das jetzt am besten? Ich muss noch weiter Heal suchen. Ich weiß nicht, wo ich Heal finden könnte, ist das Problem. Ist hier irgendwo eine Truhe? Ist wahrscheinlich alle schon gelootet. Ich weiß nicht jetzt. Ähm. Ich glaub, das war's, Bro. Ich könnte hier noch einen nehmen, aber ich weiß nicht, ob das reicht, ne? Das reicht, glaub ich, nicht. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Nee, niemals. Warte mal, ich komm gleich. Alles gut, alles gut. Oh nein, Leute, das war's komplett. Oh nein, ich werd's jetzt einfach riskieren, Leute. Nein, 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 komm, komm, komm. Das wird sowas von knapp. Da könnte halt Heal rauskommen, aber ich weiß dann nicht, ob ich's schaff. Nee, das schaff ich nicht. Das schaff ich niemals. Nie im Leben. Das war's komplett. Komm, du schaffst das. Das war's komplett. Nein. Wann. Nein, nein. Nein. Das war's komplett, Bro. Ey, aber du bist sowas von korrekt gewesen. Bleib so, wie du bist, okay, Bro? Und soll ich dir was sagen? Ich hab ein Video aufgenommen gerade, wenn das für dich okay ist. Äh, ladest du das hoch? Äh, wenn du sagst, dass ich das hochladen darf? Ja, darfst du. Wann kommt das denn? Also, eventuell. Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, die Tage irgendwann, okay? Einen schönen Tag, genau. Ey, ja, dir auch, Alter. Wie korrekt bist du denn? Hau rein, ciao, ciao. Warum war der so korrekt zu mir? Leute, ich küsse doch sein Herz, Alter. Ich hoffe, ihr seid alle auch so korrekt wie er. Holy moly. Hau rein, Bro. Okay, er hört mich gar nicht mehr. Ich glaub, er ist komplett weg. Leute, lasst auf ihren Like und ein Abo für diesen Ehrenbro da. Ich küsse euer Herz. Euer Flakes. Ciao.